Die 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 Hey Leute was geht ab hallo und herzlich willkommen zu petrolic let's place und heute will ich eine kleine Information geben dass morgen also am 3.1.2016 mache ich einen kleinen Livestream auf YouTube und ihr seid alle herzlich willkommen eingeladen zum Livestream und wie ihr sehen könnt aus dem Video würde ich einen Livestream von DeinLine machen wir zocken ein bisschen DeinLine Ich kann euch Ihr könnt mir Fragen stellen In den Kommentaren schreiben Und ja ich würde euch gerne antworten Weil ich bedanken für 30 Opponenten die ich habe Mittlerweile sind schon 33 Ziemlich geil Deswegen habe ich mir gedacht ich mache einen kleinen äh Livestream so 2 Stunden um 18 Uhr Also 3.1.2016 Um 18 Uhr mache ich einen Livestream Ja Und da würde ich alle Fragen wo ich beantworten Ja und dann bis zum nächsten Mal Bis dann dann bis morgen Tschüss Jetzt Alles klar Alles klar Entschuldigung schnell Sie Sie Sie